Venimus vidimus amavimus Kapitel 40 Bruder gegen Bruder Lucius starrte ihn eine Weile lang ungläubig an. Dann bedeutete er den anderen, mit einer Handbewegung zurückzutreten. Er ignorierte ihre Einwände und dass er es doch lassen sollte. Doch Lucius war entschlossen. Er würde sich jetzt nicht von seinem Bruder einschüchtern lassen. Selbst wenn er verlor, er wäre wenigstens gegen ihn angetreten. Die Zuschauer waren mittlerweile an den Rand getreten und einige Schaulustige waren ebenfalls hinzugekommen. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Antonius hatte seinen Bruder herausgefordert. Auch die neu eingetroffenen Gäste bekamen schnell Wind von der Sache. So wurde es bald immer voller auf dem Trainingsplatz herum und die Brüder wurden gleichermaßen angefeuert. Antonius war insgesamt ein beliebter Anführer und Offizier, daher rührte wohl sein Applaus. Allerdings war der kleine Rekrut ebenfalls beliebt. In seiner Freizeit packte er an, wo er konnte, und selbst wenn dabei mal etwas schief lief, der gute Wille und seine Freundlichkeit waren da. Die Rufe schallten über den Platz, als Lucius ein Schwert zog. Antonius stürzte auf ihn zu. Eisen krachte auf Eisen. Er hatte einiges Gewicht in den Schlag gelegt, sodass Lucius' Knie einige Finger breit nachgaben. Er konnte nicht lügen, sein Bruder war außerordentlich talentiert, was den Schwertkampf anging. Doch Lucius hielt sich wacker, ließ sich nicht einschüchtern, nicht zurückdrängen. Seine Füße standen fest im Sand, machten nur selten Schritte, und wenn, dann war es keiner nach hinten. Er wollte nicht gegen seinen Bruder verlieren. Im Moment hatte Antonius die Oberhand, doch er hatte vor, diesen Umstand bald zu ändern. Dann, nach einem Schlag von Antonius, der etwas leichter abzuwehren gewesen war, sah Lucius seine Chance kommen. Er wischte mit einem Bein blitzschnell nach vorne, sodass Antonius ausweichen musste, um nicht darüber zu fallen. Dies ließ Lucius in den Angriff übergehen. Er ließ die Schläge auf ihn niederprasseln, griff von links und rechts an, bewegte sich blitzschnell um seinen Bruder herum. Doch Antonius war geschickt und schlau. Er hatte seinen Bruder lange genug beobachten können, um zu wissen, wie er agierte. Mit den schnellen Schlägen versuchte er Panik und Verwirrung zu verursachen. Doch wenn man ruhig und konzentriert bei der Sache blieb und seine Augen auf Lucius und seiner Klinge behielt, konnte man seine Schläge abwehren. Der Kraftaufwand lag hierbei in der benötigten Schnelligkeit, nicht in der Abwehr selbst. Lucius hatte nicht so viel Kraft in den Arm, als dass er wirklich bedenklich zuschlagen könnte. Und irgendwann würde er auch ermüden. Lucius bemerkte bald, dass sein Bruder nicht allzu viele Probleme damit hatte, seine Angriffe abzuwehren. Er würde eine andere Taktik verwenden müssen. Das Problem war aber, er hatte keine. Es waren schließlich nur wenige Tage vergangen, seit er überhaupt wusste, dass er kämpfen konnte. Da hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, wie eine zweite Methode aussehen könnte. Schließlich griff er auf das zurück, was ihm Styrios vor Ewigkeiten geraten hatte. Im Notfall konnte er sich auf seine Beine verlassen. Sie waren schnell und dank des vorherigen Trainings auch stark genug. Also trat er Antonius kurzerhand seitlich gegen die Kniekehle und zog mit dem Fuß. Dieser verlor dadurch sein Gleichgewicht und hatte kurz darauf eine Klinge seitlich von seinem Hals. Er hob erst resigniert seinen Kopf, dann ließ er ihn wieder sinken und grinste Lucius an. Etwas, mit dem dieser nicht gerechnet hatte und es dadurch nur mit einem verwirrten Stirnrunzeln erwiderte. »Sehr gut, wirklich sehr gut. Ich fürchte, ich muss nun offiziell meinen Platz abgeben.« Lucius ließ sein Schwert sinken und steckte es wieder weg. Antonius tat dies ebenfalls, bevor er weitersprach. »Bitte begrüßt den neuen besten Schwertkämpfer des Lagers.« Und er hob unter dem Beifall der Zuschauer Lucius' Hand nach oben. Lucius musste stolz lächeln, bis sie von einer Stimme unterbrochen wurden. »Du bist eine Enttäuschung, mein Sohn.« Diese Kühle in der Stimme würde er überall wiedererkennen. Antonius ließ seine Hand los und die Brüder drehten sich blitzschnell um. Ihr Vater saß hinter den Zuschauern auf einem Pferd, dort, wo der Durchgang im Zaun war. Ein Murmeln hob in der Menge an und alle warfen immer wieder nervöse, respektvolle und auch verwirrte Blicke zu dem Mann. Gaius Lucius stieg von seinem Pferd und kam auf seine Söhne zugeschritten. Die Menge teilte sich vor ihm und alle sahen etwas betreten zu Boden, als sie die Laune des Feldherrn sahen. In seinem Gesicht spiegelte sich Wut, aber auch Enttäuschung wieder. Doch trotz allem strahlte er eine unglaubliche Autorität aus. Durch sein Alter, was durch die Falten, die sein Gesicht zierten, ebenso wie die bereits ausgefallenen grauen Haare, sehr deutlich wurde und die dementsprechende Erfahrung. Auch die Kühle in seinen Augen ließ die meisten zurückschrecken. Nur einer musterte ihn mit einem furchtbar wütenden und hasserfüllten Blick. Styrios stand am Rand und beobachtete die Szene mit einem außerordentlich schlechten Gefühl. Gaius ging zügig auf seine beiden Söhne zu und Lucius kannte den Blick nur zu genau. Er kniff die Augen zusammen in Erwartung des Schlages, doch der Schmerz trat nicht ein, obwohl er es klatschen gehört hatte. Er schlug die Augenlider wieder auf und blickte zur Seite, um das entsetzte Gesicht seines Bruders mit einer geröteten Wange zu sehen. Die umstehenden Leute wussten, dass es hier um etwas Privates ging, und so entfernten sie sich langsam. Die Familienangelegenheiten ihres Feldherrn ging sie schließlich nichts an. Styrios blieb jedoch stehen und auch Quintus, der dank den Erzählungen von Lucius ziemlich genau über die familiäre Situation des Lucianer Bescheid wusste. Es hatte zur allgemeinen Überraschung geführt, dass Antonius geschlagen worden war, und auch dieser selbst schaute äußerst ungläubig, als sein Vater anfing, ihn auszuschimpfen. »Du bist eine Schande, Antonius. Wie kommst eigentlich du dazu, ja geradezu mit Freude deinen Titel abzugeben? Lässt dich einfach von deinem jüngeren Bruder besiegen, der es sofort zu nichts gebracht hat. Ist dir bewusst, wie beschämt das für mich ist? Was sollen die anderen Senatoren denken, dass ich nur Missgeboten im Haus habe? Wobei ich es ihnen nicht verdenken könnte, denn offenbar ist dies die Wahrheit. Ich hatte meine Hoffnung in dich gesetzt, Antonius, und du zertrampelst sie achtlos. Es war schon richtig, mich in einem Brief hierherzubeten. Hier scheint die Situation wirklich außer Kontrolle zu geraten. Ich werde ab heute wieder das Kommando hier übernehmen, und ich werde dich lehren, mich noch ein drittes Mal zu enttäuschen.« Das Oberhaupt der Familie Lucius packte seinen Sohn an den Haaren, der schmerzerfüllt aufschrie, und zog ihn in Richtung Zeltplatz. Styrius hatte bereits einen Schritt nach vorne gemacht, er wollte eingreifen, doch Antonius' Augen hinderten ihn. Er nickte, so gut es ihm nun mal möglich war, zu Lucius hinüber, und Styrius verstand. Das und sein Blick sollten sagen, kümmere dich nicht um mich, sorge dafür, dass mein Bruder in Sicherheit ist. Styrius schlug resigniert die Augen nieder. Dann sah er Antonius an und nickte unauffällig. Antonius' Augen zeigten Erleichterung, bevor er um die Ecke gezogen wurde und nicht mehr zu sehen war. Es herrschte Schweigen zwischen den drei Anwesenden. Quintus durchbrach es schließlich. »Dein Vater ist ja noch schlimmer, als du erzählt hast.« Lucius zuckte mit den Schultern. »Was mich ja viel mehr interessiert, was hat mein Vater mit »ein drittes Mal« gemeint? Ich dachte immer, Antonius ist ein so perfekter Sohn.« Quintus schüttelte ratlos den Kopf. Styrius sagte gar nichts. Am nächsten Tag schon lief im Lager einiges anders. Es gab neue Regeln, neue Einteilung, neue Kommandos. Für alle gab es nun einen stressigeren Alltag. Antonius sah man nicht mehr, allerdings wusste auch keiner zu berichten, dass er abgereist war. Lucius musste trotz des Versprechens seines Bruders seine Ausbildung weiterführen. Sein Vater meinte, er sei noch lange nicht so weit. Solange er nicht mit diesem Wagen kämpfen konnte, er hatte auf einen Streitwagen in der Nähe gezeigt, hatte er noch lange nicht die Ausbildung beendet. Die Trainingsstunden wurden länger und härter, wobei man allerdings sah, dass Cestius sie nicht gerne so drillte. Außerdem nahmen die Konflikte mit den benachbarten gemanischen Stämmen zu, und bald ereilte sie die Nachricht, dass sich die Fürsten aus den Gegenden zu einem Heer Tag zusammengeschlossen hatten.